Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute wieder mal die große Freude mit dem lieben Andreas Werner zu sprechen. Hallo, sei gegrüßt nach Mannheim. Hallo lieber Jens, schön, dass es verklappt hat heute. Ja, wunderbar und wir möchten uns gerne unterhalten. Wir werden auch ein paar Impulse weitergeben. Du bist ein Coach und Trainer, ich bin ein Coach und Trainer und ich möchte gleich mal die erste Frage stellen. Und zwar, warum lassen sich viele Menschen, die meisten Menschen so gerne von Angst leiten? Von der Angst, ja. Angst, ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ich glaube, da gibt es ganz viele Ursachen dafür, warum wir uns von der Angst leiten lassen. Eine Sache ist natürlich, wir haben es von Kindheit auf gelernt, dass Ängste da sind und dass wir auch mit Ängsten umgehen und dass wir uns auch von diesen Ängsten leiten lassen. Das ist zum einen natürlich ein erlerntes Verhalten und ein erlerntes Verhalten ist natürlich auch immer so ein bisschen bequem. Das zu hinterfragen ist natürlich, macht immer Arbeit, ist Aufwand für unser Gehirnaufwand, für insgesamt Aufwand. Das ist ein Grund natürlich dieses, wir haben es gelernt, es ist bequem für uns. Man muss natürlich auch dazu sagen, Angst hat, wird immer sehr negativ gesehen, Angst hat aber auch natürlich eine sehr wichtige Funktion. Angst soll uns ganz viel vor Gefahren schützen. Also wenn ich zum Beispiel Extremsportler bin, wenn ich jetzt Fallschirmspringe oder irgendwas, ist es ganz wichtig, dass ich Angst habe, weil natürlich mich die Angst dahin führt, dass ich mein Equipment vorher besonders genau analysiere und schaue, ist der Fallschirm auch wirklich in Ordnung. Da hat die Angst natürlich eine riesengroße Funktion. Also Angst ist grundsätzlich nicht immer etwas Schlechtes, sondern hat natürlich ganz oft die Funktion, uns vor Schaden zu bewahren und uns am Leben zu erhalten einfach. Deswegen ist Angst haben an sich erstmal nichts Schlimmes. Es ist sogar sehr wichtig in vielen Situationen. Schwierig wird es halt dann, wenn die Angst ständig da ist und wenn die Angst ein Maß annimmt, dass sie uns körperlich und geistig so sehr einschränkt, dass das Leben für uns immer schwieriger wird. Oder dass wir merken, dass wirklich die Angst beschäftigt mich so sehr, dass ich in meinem Handeln eingeschränkt bin oder dass ich einfach unglücklich bin. Oder auch im Denken eingeschränkt bin. Genau, im Denken eingeschränkt bin, dass ich merke, ich bin immer wieder in den gleichen Denkmustern drin, ich komme nicht da raus. Alles, was ich tue, alles, was sich in meinem Leben, dreht sich immer um diesen Angstfaktor. Ganz klar. Jetzt ist es aber gar nicht so einfach. Wir reden einfach mal von der aktuellen Zeit, in der wir gerade leben. Wir leben in einer herausfordernden Zeit mit ganz speziellen Gegebenheiten. Wir sind natürlich so, dass wir auf viele Angsttriggerpunkte sozusagen gerade stoßen. Ja. Jetzt liegt es jetzt einfach daran, dass die Menschen nicht wissen, wie man mit der Angst umgeht, um bessere Entscheidungen zu treffen? Oder woran liegt es, dass sich viele so auch Angst leiten lassen? Sagen wir mal, ich meine, die Werbung ist ja zum Beispiel, wenn man mal vom psychologischen Unterbewusstseinsicht schaut, die Werbung ist ja auch aufgebaut, ja, also ich habe früher mit der Sicherheitstechnik zusammengearbeitet und wenn man dann vorher irgendwie Zettel verteilt hatte oder es gab im Fernsehen irgendeine Sendung, wo Einbrecher gezeigt wurden, dann war nächsten Tag Umsatz da, sag ich mal so. Das heißt, die Menschen lassen sich von der Angst leiten. Eigentlich weiß das doch jeder, oder? Richtig. Tief in uns drin wissen wir natürlich, was ist jetzt wirklich eine reale Angst, also was kann wirklich real werden, aber wir blenden das natürlich immer wieder aus, weil wir, da kommt das Beispiel, was du gesagt hast, wir haben ganz viele Medien, die uns umgeben, in den Nachrichten sind jetzt meistens auch nicht unbedingt die Dinge zu hören, die jetzt vielleicht die Menschen eher in eine vertrauende Grundstimmung bringen. Da haben wir übrigens auch schon für viele das Gegenteil von Angst, was viele ja nicht wissen. Viele denken ja, das Gegenteil von Angst ist nur Sicherheit, aber für mich ist es eher das Thema Vertrauen. Also das Gegenteil von Angst ist Vertrauen, Selbstvertrauen, was natürlich da auch eine gewisse Rolle spielt, aber hauptsächlich das Thema Vertrauen als Gegenteil zur Angst. Genau, und alles, was uns um uns herum umgibt, hat natürlich da einen Einfluss drauf, auf diese Angst. Da sind die ganzen Medien zu nennen. Da ist unsere oft schon gestresste Grundstimmung zu nennen. Man muss ja davon ausgehen, dass wir ja heutzutage in unserem heutigen Lebensstil wesentlich mehr Stressoren ausgesetzt sind, als die Menschen vor 100 Jahren noch. Die mussten sicherlich härter arbeiten, härter körperlich arbeiten, hatten auch Ängste. Aber diese Ängste waren oft auf sehr konkrete Dinge bezogen. Da ging es oft um die Angst zu überleben. Heute ist dieses Angstkonstrukt ja wesentlich größer geworden. Und es strömen wesentlich mehr Dinge auf uns ein, die unseren Körper so dauerhaft unter Stress setzen, unseren Körper und unseren Geist dauerhaft unter Stress setzen. Und wenn ich im Stress bin, sind natürlich die kleinsten Sachen, die noch obendrauf kommen, wirken natürlich umso mehr als Katalysator und als Verstärker, um dieses Angsterleben noch weiter hervorzubringen und noch weiter zu verstärken. Dieser Grundstress, den wir haben, ist von ganz vielen Seiten. Das ist natürlich beruflicher Druck, den wir uns machen. Viele haben einen hohen Anspruch an sich selbst, Stress in der Familie, Partnerschaftsdinge. Aber auch alleine diese viele Bildschirmtätigkeit, die wir haben. Das muss nicht nur am Computer sein, aber auch, ich meine, Wissenschaftler haben schon gezeigt, dass auch dieses permanente Schauen auf den Bildschirm, auch aufs Handy, nicht nur für die Augen gut ist, sondern auch, dass den Körper in eine Art Erregung und Stress versetzt. Deswegen man ja eigentlich auch eine gewisse Zeit vor dem Schlafengehen niemals irgendwas am Bildschirm machen sollte. Diese Sachen, es wird auch vermutet, dass die Strahlungsfelder, die uns umgeben, auch um einen gewissen Grundstress sorgen. Das mag jetzt bei einem einzelnen Handy noch nicht dramatisch sein. Wenn man aber dann in der Umgebung ist, egal ob jetzt tagsüber oder zu Hause, bei denen um einen rum 50 WLANs plus nochmal 100 Handys sind, plus das, was so eh schon an Strahlung in der Luft ist, ist so die Frage, ist das wirklich in der Menge alles so unschädlich für unseren Körper? Dann kommen natürlich auch Ernährungsgewohnheiten dazu. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass bestimmtes Darmmikrobiom, also diese Darmbakterien, auch mit Angsterkrankungen oder ich nenne es manchmal auch gerne angstassoziierte Erkrankungen, also solche Sachen wie Depressionen, Burnout, Suchterkrankungen. Man geht davon aus, dass also auch da die Ernährung und das, was so im Darm passiert, natürlich auch einen Einfluss darauf hat. Das wird nicht ursächlich sein. Also es ist nicht so, nur weil ich jetzt vielleicht mich schlecht ernähre, habe ich hauptsächlich mehr Angst. Das wird es nicht sein, aber es trägt natürlich insgesamt zu der ganzen Sache mit bei. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Wenn ich natürlich mit sehr angstbehafteten Menschen, die vielleicht auch schon die eine oder andere Phobie oder andere Angstverhalten zeigen, wenn ich mich mit solchen Menschen umgebe, wird es für mich natürlich eher Beispiel sein, mich ähnlich zu verhalten. Da sind wir auch gleich wieder so beim Thema kindliche Prägung. Wenn ich natürlich sehr ängstliche Eltern hatte, werde ich das natürlich eventuell auch übernehmen, dieses Thema. Genau. Ja, du hast das Wort Druck genannt. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Jetzt haben wir ja als Coach immer so diesen Satz, 95 Prozent deiner Sorgen treffen ja nie ein. Das ist ja so ein Satz, weil wir uns irgendwas vorstellen, was eventuell in der Zukunft liegen könnte und uns darüber Gedanken macht. Aber 95 Prozent von dem, worüber wir uns den ganzen Tag Gedanken machen, also sorgemäßig, trifft nie ein. Die Menschen wissen das im Ergebnis, haben aber trotzdem Angst und verändern sich. Meine Frage an dich, ist es bequem, Angst zu haben? Oder hat das vielleicht was damit zu tun, dass sie auch sozusagen dadurch so eine Verantwortung über ihr eigenes Leben sozusagen abgeben? Hast du so das Gefühl? Das sind, glaube ich, nochmal zwei Dinge. Also A, ja, es ist natürlich bequem, Angst zu haben. Weil das, wie gesagt, je nachdem, wo die herkommt, das ist ein Muster, was teilweise aus der Jugend herkommt, wenn es sich jetzt gegen konkrete Dinge richtet. Wenn es jetzt Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst davor wirklich zum Beispiel ohne materialistische Ängste, zu sagen, ich stehe ohne Essen da, ich stehe ohne finanzielle Versorgung da. Das sind natürlich Ängste, die in der Gegend, in der wir leben, wo man sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass ich verhungern werde, dass es wirklich so sehr an meine Existenz kommt, dass ich sterben werde, die ist ja eigentlich in irgendeiner gewissen Weise unberechtigt. Also es gibt ja immer, wir haben ja so viele soziale Sicherungssysteme, die die Menschen auffangen. Wenn da natürlich auch noch mehr passieren könnte und wenn das natürlich, wenn man gefördert wird oder gefördert werden muss, jetzt auch kein tolles Leben ist und das auch sehr schwierig ist, trotzdem werden diese Menschen nicht verhungern. Das sind so Ängste, da rauszukommen. Dafür muss man sich natürlich mit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen. Und das Problem oder die, nein, Problem ist es nicht, die Erfahrung, die ich auch mit Klienten habe, ist, dass hinter der eigentlich offensichtlichen Angst meistens noch viel tiefere Dinge stecken. Manche sprechen auch, das ist jetzt nicht unbedingt meine Herangehensweise, aber Kollegen sprechen dann auch von gewissen Urängsten, die wir im Prinzip schon seit Menschheitsgeschichten mit uns rumschleppen. Natürlich ist gewisserweise jede Angst, egal welche Angst und worauf sie bezogen ist, immer ein bisschen subsumierbar auf die Angst vorm Tod. Ja. Also ob ich nun vor Spinnenangst habe, ob ich davor Angst habe, ohne Geld dazustehen, oder was auch immer es ist, ob es eher eine Phobie ist, ob es eine generalisierte Angst, also eine Angst, bei der man nicht sagen, die sich nichts gegen irgendwas Spezielles richtet, sondern so völlig so indifferent ist im Prinzip. Oder ob es, wie gesagt, die konkrete Angst vor bestimmten Dingen ist. All diese Ängste lassen sich immer so ein bisschen herunterbrechen auf, ich habe eigentlich Angst zu sterben und eigentlich ist da die Angst vorm Tod. Und oftmals gibt es da zwischen dieser konkreten Angst und dieser ganz alten Angst vorm Tod, gibt es da noch Zwischendinge, die dazwischen, die oftmals auch in der Jugend oder im Kindheitsalter zu suchen sind, wo der Grundstein für solche Ängste gelegt wurde. Aber zurück zur Frage, ja, es ist natürlich bequem, Angst zu haben. Und weil es einfach, um da rauszukommen, Arbeit bedarf. Und grundsätzlich sind wir Menschen ja Lebewesen, die auf Effizienz ausgerichtet sind. Also gerade unser Gehirn ist auf Effizienz ausgerichtet. Das Gehirn tut alles das abschalten, was es nicht mehr braucht. Deswegen ist es ja im Alter wichtig, dass man sich fit hält. Um einfach das Ganze, körperlich ist es genau das Gleiche. Alles, was nicht gebraucht wird, schaltet der Körper ab. Und es möchte auch so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Genau. Das ist eine Sache, die im Prinzip dem Überleben auch dient. Und deswegen ist es ja, und gerade weil du es ja richtig gesagt hast, viele Ängste sind eigentlich irrational. Also es sind genau wissen, eigentlich müsste ich davor keine Angst haben, trotzdem ist die Angst da. Und da rauszukommen, geht nur über eine Aktion. Und diese Aktion gehört immer, da gehört Energie dazu. Da gehört eventuell auch Abgrenzung dazu. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich merke, ich bin in einer irrationalen Angst, kann es halt auch sein, okay, ich müsste mal schauen, dass ich mich vielleicht weniger mit bestimmten Leuten umgebe, die diese Angst triggern. Also ich schaue, ich versuche mal ein bisschen mehr auf mich zu schauen. Das hat natürlich immer Auswirkungen auf das soziale Leben, auf das gesellschaftliche Leben. Und im Endeffekt ist es immer Arbeit. Und Arbeit ist unbequem. Von daher Angst haben ist ein Stück weit auch bequem. Und deswegen machen es auch viele Leute. Ja, und auch, wie du sagst, einfach mal vielleicht auch bestimmte Medien oder diese Triggerpunkte, die auf mich halt zurasen, diese Quellen einfach vielleicht einfach mal zu vermeiden. Deswegen sagt man ja auch gerne, steh morgens einfach auf und sei erst mal du selber und lass deine E-Mails und dein Smartphone mal einfach erst mal links liegen. Oder kurz bevor du abends hast du schon gesagt, ins Bett gehst, einfach auch diese Gedanken mal klar zu kommen. Kommt daher auch ein bisschen dieser Kontrollwagen. Also Menschen möchten gerne die Kontrolle haben. Und das ist das Ergebnis aus dieser Angst vor dem Tod. Weil wir, die Angst vor dem Tod heißt ja im Prinzip auch, ich habe keinen Überblick mehr. Ich weiß nicht, was passiert. Und das ist diese Angst. Weil der Tod ist ja, wir wissen nicht, was dann ist. Da ist ja im Prinzip diese Angst. Wir werden es auch nie erfahren, weil ich glaube, wenn wir das vorher wüssten, wäre der Sinn des Lebens nicht so gegeben. Deswegen wird es auch immer so sein. Können wir deswegen dieses, du hast gesagt, dieser Wunsch nach Sicherheit, Kontrolle, aber macht uns dieser Kontrollwahn nicht in Wirklichkeit noch mehr Angst? Natürlich ist es so, dass wir irgendwann in so einem Circulus Vicious, so einem Teufelskreis sind, wo man sagt, es ist ja im Prinzip also eine Gehirnbahn, die immer wieder bedient wird. Und Autobahnen in unserem Hirn, die wir immer wieder bedienen, die werden natürlich größer, breiter und etablierter. Und wenn wir sozusagen immer wieder in diesem, auch mit unseren Tätigkeiten, weil du sagst Kontrollwahn, bei manchen entwickelt sich aus einer Angst heraus eine Putzwahn oder die müssen sich dann zwanghaft waschen, haben Waschzwang oder ständig die Hände. Solche Sachen können ja auch passieren. Und natürlich ist es so, dass das mit darauf beruht. Und dass dieses, dann, also die Tätigkeit manifestiert es ja sozusagen noch, wenn ich also im Prinzip ja das Größte, was man natürlich umgekehrt auch wieder nutzen kann, wenn man da rauskommen möchte, ich verhalte mich einfach anders und du darüber auch mein Denken wieder sozusagen mit beeinflussen und in eine andere Richtung bringen. Aber natürlich ursächlich, wie du schon richtig sagst, ist es so, wenn ich natürlich immer wieder das etabliere und diese Gedanken auch mit speziellen Verhaltensweisen untermauere immer wieder, bin ich natürlich in einer Dauerschleife gefangen. Und es ist immer so die Frage, tut mir das halt gut? Und viele sehen halt, dass es dauerhaft nicht so gut ist, sondern dass es sie halt immer, immer mehr in die Angst treibt. Und Angst heißt ja immer auch, dass man irgendwann körperlich krank wird. Also das ist ja, also je nachdem, wie groß die Angst wird. Aber wie gesagt, je stärker das ist, umso mehr werden wir körperlich krank. Ganz klar, dieser dauerhafte Stress, also da gibt es ja viele Sachen, die in unserem Körper passieren. Angefangen davon natürlich, dass sich die Muskeln zum Beispiel versteifen, dass viele Leute Nacken-, Schulterprobleme, Kopfschmerzen, Migräne oder sowas haben, eine ganz wirklich harte, feste Muskulatur bekommen. Manche, die Verdauungsprobleme kriegen. Ganz natürlich wirkt sich, das ist etwas, wo man es dann erst später merkt, diese Angst und Stress wirkt sich natürlich immer auf den Hormonhaushalt auch aus. Wir sehen ja, dass viele Leute dadurch, also dauerhafte Angst, klar, das heißt immer ein etwas erhöhter Adrenalinspiegel. Wenn Adrenalin erhöht ist, ist ganz normal auch, sind andere Hormone mit betroffen. Ob das jetzt das Cortisol ist zum Beispiel oder das Insulin, die sind dann meistens auch ein bisschen erhöht. Und wenn die drei Hormone dauerhaft erhöht sind, ist man schon immer so ein bisschen auf dem Weg zu einer diabetischen Stoffwechsellage, metabolisches Syndrom, also wenn das dauerhaft ist. Oder es können sich andere Krankheitssachen, man nimmt zu, es können sich sexuelle Funktionsstörungen, es können ganz viele Dinge, die damit assoziiert sind, dass wir einfach dauerhaft Angst haben. Und das macht den Körper definitiv kaputt. Auch dieses im Prinzip Flight, Fight oder sich totstellen sozusagen. Also ich renne weg oder ich greife an oder ich stelle mich tot. Das wirkt sich ja körperlich auch aus, dass Menschen dann merken, Restless Legs und solche Sachen, ich will mich eigentlich wegbewegen oder andere, die dann in Aparthie verfallen. Das sieht man ja auch, dass das körperliche Zeichen sind, die sich darüber bemerkbar machen, über die Angst. Die Menschen greifen ja dann erst ein und denken, es wäre etwas Körperliches und versuchen das halt auf der körperlichen Ebene, sage ich mal, medizinisch dann gesehen, dann zu bewältigen oder wieder zu gesunden. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, diese Anzeichen, das hat auch viel mit Angst zu tun, so eine Reihenfolge, etwas auf etwas aufmerksam zu werden. Ich darf, ich kann, ich muss. und bei ich muss, ist schon diese körperliche Variante schon erreicht sozusagen, wo man halt schon eine Reaktion hat. Kann man eigentlich über den Körper etwas tun? Also wir kennen das ein bisschen von der Körpersprache oder von der Mimik, wir haben ja auch von Haltung gesprochen vorhin, weil das ist ja auch ein Ergebnis, also eine negative Haltung, wird dann auch in der Haltung wirklich dann sichtbar am Ende. Kann man über den Körper, dass man sagt, hier machen wir deinen Kinn ein bisschen hoch oder so? Also kann man rein durch den Körper sich da raus wieder sozusagen oder sich verändern durch körperliche Änderung? Da gibt es sogar ganz viele Möglichkeiten, das über den Körper zu machen. Also ein, was du schon gesagt hast, sehr schön, dieses so ein bisschen Kopf nach oben. Also es ist schon schwierig, wenn man wirklich das Kind etwas nach oben nimmt, einen traurigen Gedanken auf Dauer zu halten oder dauerhaft in einer traurigen Stimmung zu sein. Umgekehrt ist es genauso schwierig, wenn ich jetzt den Kopf sehr senke, mich sehr rund mache, herzhaft zu lachen, funktioniert auch nicht. Das heißt also, allein ist es über die Körper, ist ganz viel möglich. Du kannst mit Dehnungsarbeit, also alles, was im Yoga-Bereich ist, alles, was mit Dehnung zu tun hat, mit Entspannung der Muskulatur, auch das tut sich körperlich auf jeden Fall auswirken und damit kannst du körperlich ganz viel machen und die Ängste rausholen und auch festsitzende Ängste wirklich ganz hervorholen und auch rausnehmen. Ich kenne einen Körpertherapeuten, der mir auch gesagt hat, dass er bei seinen Therapien auch Patienten alte, manchmal sogar Amnesien, also sie konnten sich an manche angstvolle Situationen gar nicht mehr erinnern und in der Körpertherapie kamen dann solche Sachen, also bei einer rein manuellen Therapie kamen solche Sachen wieder zum Vorschein. Das ist also ganz spannend. Was du jederzeit machen kannst, wenn du merkst, da ist Angst oder ich habe Angst, ist immer den Fokus wegzunehmen und dich auf den eigenen Körper zu konzentrieren. Also erst mal zu sagen, ich tue dem, was außerhalb um mich herum ist, erst mal weniger Aufmerksamkeit geben und schaue erst mal, was ist denn mit mir. Das bringt dich erst mal auch aus einer gewissen Gedankenspirale raus. Du kommst zur Ruhe und wenn du dann noch dich zum Beispiel auf die Atmung konzentrierst. Das muss noch gar nicht sein, dass du jetzt bestimmte Arten Techniken machst, aber dass du einmal einfach nur bewusst ein- und ausatmest. Allein das, der Fokus auf den Körper bringt dich schon dahin, den Fokus von der Angst wegzunehmen. Ja, weil du im Hier und Jetzt, du bist ja dann richtig im Hier und Jetzt, wenn du dich auf deine Atmung konzentrierst und deine Sorge ist dann wirklich weg, weil du ja gerade hier bist. Genau. Ja. Das ist Druck. Der Druck fällt sozusagen von dir ab. Warum fällt es den Menschen denn so schwer? Oder vielleicht nochmal die Frage, so ähnlich wie mit der Angst, wenn du mit Menschen sprichst und über das Wesentliche dann sprechen willst, das heißt weg vom Druck, also wir gehen gerne mal so auf Punkte ein und schauen, was ist denn wesentlich jetzt für mich gerade und was ist unwesentlich und wenn man das dann so genau schaut und mal so aufgliedert, machen wir am Tag eigentlich 90% wieder Sachen, die eigentlich überhaupt nicht wesentlich sind, aber wir beschäftigen uns damit und mit dem, mit dem wir uns beschäftigen, wird uns auch beschäftigen, wie wir wissen, das ist das Problem. Ist das so ähnlich wie mit der Angst, die Menschen möchten aber alles zerdenken oder möchten das, diesen Druck eigentlich haben, vielleicht wieder als Ausrede? Schwierig. Ich weiß nicht, ob Menschen das als Ausrede benutzen. Es kann natürlich sein, weil also alles, was wir offensichtlich in unserem Leben tagtäglich erleben und kann natürlich auch immer maskierend für etwas sein, was da eigentlich dahinter ist, was du schon angesprochen hast. Also es kann sein, dass wenn wir das Offensichtliche, also ja, ich muss jetzt ganz viel machen, ich muss hier tun, ich muss, also wenn du sagst, vom Druck her, ich muss dies oder ich muss jedes noch machen, wenn ich mich mit bestimmten essentiellen Themen und denen mein Unterbewusstsein eigentlich weiß, dass ich mich damit auseinandersetzen müsste, so schlummernde Sachen, die noch im Keller liegen. Das kann aus der Jugend her kommen, dass irgendwelche Erlebnisse noch nicht verarbeitet wurden, das kann die Scheidung sein, das kann irgendwas anderes sein, was da im Keller an Dingen schlummert. Dann ist es natürlich immer schön zu sagen, ja, ich muss jetzt ganz viel machen, ich muss mich jetzt darum kümmern, ich muss mich darum kümmern. solange ich mich im Außen beschäftige, habe ich natürlich immer eine sehr gute Ausrede dafür, mich nicht mit meinem Innenleben zu beschäftigen und sich mit mir selbst zu beschäftigen, ist auch immer wieder anstrengend. Es ist nicht schön, also am Anfang und in vielen Teilen ist es oft erst mal eine stressige Erfahrung. Es macht Angst. Und da sind wir wieder auch beim Thema. Weil es heißt ja, ich müsste mich damit beschäftigen, auch nicht nur, was vielleicht an Leichen im Keller liegt bei mir, sondern wer bin ich? Für welche Werte stehe ich? Warum bin ich hier auf dem Planeten? Was ist das, womit ich auch identifiziert werden möchte, wenn andere Leute mit mir in Kontakt kommen? Also was ist mir wichtig? Was möchte ich hier auf diesem Planeten bewirken? Welchen Sinn möchte ich diesem Dasein geben? Und da sind natürlich bei ganz vielen Menschen ganz viele Fragen, also nicht nur, wie gesagt, alte Baustellen, sondern auch ganz viele unbeantwortete Fragen. Bis dahin ist der Partner, mit dem ich vielleicht gerade zusammenlebe, noch der richtige für mich. Wie ist die Beziehung zu meinen Familienangehörigen? Passt der Job, den ich mache, eigentlich wirklich zu mir? Oder mache ich den nur, weil ich in zehn Jahren in Rente gehen kann und bis dahin ich mich nicht mit irgendwas anderem auseinandersetzen muss? Das sind natürlich alles so Fragen. Und das sind viele Fragen. Das sind angstmachende Fragen. Das ist wieder ganz viel Arbeit, die damit verbunden ist. Und da sagen wir natürlich, nö, da lenke ich mich lieber mit Stress ab. Und Stress gibt natürlich auch ein gutes Gefühl, weil wenn man sagen kann, okay, ja, ich habe ganz viel gemacht heute und ich habe ja immer so viel zu tun und ich bin ja so wichtig. Es ist ganz wichtig, dass ich da bin und dass ich mich darum kümmere und das. Und da habe ich ganz viel gemacht und im Außen und ach. Und natürlich auch über das Thema Anerkennung. Gerade wenn ich mich selbst natürlich nicht gut kenne, gebe ich mir natürlich selbst auch wenig Anerkennung. Und dann suche ich die Anerkennung natürlich im Außen, was mich wiederum natürlich dazu bringt, noch mehr und noch intensiver und noch härter dafür zu arbeiten, noch mehr Anerkennung zu bekommen. Das muss ich jetzt nochmal unterstreichen. Das hast du sehr gut gesagt. Wenn ich mich nicht kenne, kann ich mir auch schlechte meiner Anerkennung geben, weil da sind wir auch wieder auf diesem Punkt. Bei mir ist es so, eines der häufigsten Programme, Musterprägungen, die jetzt bei meinen Klientinnen und Klienten vorhanden sind, ist dieser Satz, und den kennst du vielleicht auch, ich bin nicht gut genug für. Ja, das heißt irgendwie, das hat viel mit Generationen zu tun, das hat was mit dem Alter zu tun und je nachdem auch, wie ich aufgewachsen bin und so. Aber es ist sehr, sehr weit verbreitet. Das heißt, ein mangelndes Selbstwertgefühl ist vorhanden. Gleich ein bisschen ähnlich zu stellen, wie sich schnell schuldig zu fühlen. Oder aber sich auf keinen Fall schuldig fühlen zu müssen. Das ist also ganz wichtig, große Priorität. Das hängt damit zusammen. Und ich glaube, das Geheimnis ist es in der Tat, dass man selber genau weiß, wie man tickt und wie man funktioniert. Und wir im Bewusstseinstraining machen das ja ganz, dass man sich halt dessen bewusst wird. Und du hast auch noch was sehr Gutes gefragt, ist denn eigentlich das, was ich gerade tue und denke und fühle, ist das denn noch aktuell? Passt das noch zu mir? Passen meine Werte noch zu mir? Verstehe ich die Welt eigentlich noch? Das heißt, wir befassen uns vielleicht wirklich zu wenig mit uns selber, wie wir selber funktionieren. Liegt am Elternhaus, liegt natürlich aber auch an unserem Schulsystem und an unserem Kindergartensystem, sage ich mal einfach so, dass wir da keine Fächer haben, wie wir haben zwar ein Fach Ethik, Religion oder Ethik, und Biologie, das heißt, wie der Körper funktioniert, wann und so, aber rein menschlich gesehen, wenig. Richtig. Und es gibt auch, ich mache das auch den Lehrern nicht zum Vorwurf, weil es gibt ganz viele Lehrer, die dort versuchen, ganz schöne Impulse zu setzen, die aber im Prinzip am System scheitern. Die sagen, das System verlangt von mir, es muss dies oder jenes gemacht werden. Und die daran scheitern sozusagen, da wirklich auch ein bisschen auszubrechen. Das heißt, es bräuchte da natürlich eine große Reform des Schulsystems, was eigentlich unter Wissenschaftlern auch breiter Konsens ist. Also was von ganz vielen, auch von Hirnforschern, von ganz vielen Menschen, die sagen, wir bräuchten da auch Philosophen, die sagen, wir bräuchten da große Veränderungen. Und leider traut sich es aber niemand, so richtig anzugehen. Was natürlich auch immer Veränderungen, da sind wir wieder beim Thema Angst. Alles, was mit Veränderungen zu tun hat, heißt natürlich erst mal immer Angst, weil es könnte ja meinen Status verloren gehen. Ich könnte in dieser Unsicherheit sein. Das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, der einen sehr viel weiterbringen kann, zu sagen, ich darf in Unsicherheit sein. Ich darf nicht alles wissen müssen. Ich darf jetzt noch nicht alles wissen müssen. Es kann um Zukunftswissen noch kommen. Aber ich darf mir um viele Dinge in der Welt, um mein Leben, so viel ich wissen darf von mir, so viel darf ich auch nicht wissen von mir. Und das gehört dazu. Und gerade in einer Zeit, in der die Veränderung immer schneller geht und die Veränderung, wie man immer schon so schön sagt, die größte Konstante in unserem Leben ist, ist es klar, wir können nie alles wissen. Wir können nie wissen, wo irgendwas hingeht. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, sich so ein bestimmter Grundwerte bewusst zu sein und zu wissen, wer bin ich, wie ticke ich, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich stabil bin, wo stehe ich im Leben. Da gibt es auch ganz viele Tools, wo man das mal herausfinden kann. Sehr populär ist zum Beispiel mittlerweile das Rad des Lebens, findet jeder, wenn man bei YouTube oder bei Google oder irgendwo Rad des Lebens eingibt, findet man sehr schöne Bilder dazu. Ist ganz einfach zu machen, indem man einfach bewertet, in den einzelnen Lebensbereichen, wo würde ich mich gerade einordnen, wie weit bin ich da entwickelt, wie nah bin ich da an meiner eigenen Zufriedenheit oder wie unzufrieden bin ich da. Eine richtige Selbstreflexion, wobei man dazu sagen darf, dass man bitte, das auch wirklich genauso, wie man es wirklich denkt und fühlt, auch ausfüllt. Also sich, weil wir, ich habe ja ein bisschen provokativ das mit der Ausrede gesagt vorhin. Ja, ja, klar. Der Mensch neigt gerne dazu, zu über- oder zu untertreiben. Deswegen, wenn man solche Auswertungen macht, sage ich mal so, sollte man bitte genau, wie man auch wirklich tickt, halt das so ausfüllen. Man kann es ja, man kann es ja für sich im stillen Kämmerlein machen. Genau. Man muss es ja jemandem zeigen, also genau, man muss mit niemandem drüber reden, man kann es danach wegwerfen, verbrennen oder so, dass wirklich niemand sieht, aber man sollte schon brutal ehrlich dazu sein, weil es natürlich bestimmte Bereiche gibt, wo man sich selbst ungern eingesteht, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie man es eigentlich gerne haben möchte oder sich für die bestimmte Dinge schönredet. Das ist ja auch in vielen Studien passiert. Wissenschaftler hatten also auch mal gesehen, dass viele Studien, die auch zum Thema Homosexualität gemacht wurden, dann doch gar nicht mehr so aussagefähig waren, weil man im Nachhinein festgestellt hat, dass auch in der Befragung die Menschen da besonders sensibel sind und natürlich wenige Menschen gerne zugeben, dass es vielleicht in dem Bereich gar nicht so toll läuft für sie. Und das hat sich auf viele Sachen in dem Bereich sehr ausgewirkt. Und das ist, wie gesagt, in allen Lebensbereichen. Das gehört natürlich dazu hin, immer ehrlich zu sein und zu sagen, bin ich da wirklich zufrieden oder nicht? Ein guter Indikator ist, wenn mich ein anderer da, ich möchte dieses Wort triggern, nicht überstrapazieren, aber es passt halt manchmal, wenn mich etwas anderes triggert oder ein anderer, wenn ich jemanden sehe und der vielleicht sehr erfolgreich ist und ich das entweder ablehne oder ihn darum beneide, je nachdem, ist das natürlich ein Trigger und sagt etwas über mich aus. Wenn jemand in irgendein Auto fährt oder irgendeinen Urlaub hat oder irgendetwas oder vielleicht besser aussieht, wenn das mich in irgendeiner Form, wenn ich damit in Resonanz gehe, dann hat das mit mir irgendwas zu tun und das heißt, dass ich in dem Lebensbereich mich selbst als noch nicht so erfolgreich vielleicht sehe oder noch verurteile oder genau, da noch Potenzial offen ist. Genau. Ja. Ja. Druck, das Gegenteil von dem ist, glaube ich, auch einfach dieses Urvertrauen zu haben, dass vielleicht auch, ja, dass am Ende halt schon alles gut wird. Ich sage immer so gerne, das Leben findet immer einen Weg und ich glaube, das ist auch so, wenn man es denn aber auch nicht so kontrollieren möchte. Ja. Wenn man sozusagen sich vertraut und davon ausgeht, dass, warum sollte es auch nicht gut werden? Selbstvertrauen, die Erfahrung mit deinen Klienten, ist das auch meistens der, ja, dass die Leute in einer Sackgasse sind? Dass die Leute in einer Sackgasse sind? Dass es Selbstvertrauen fehlt im Prinzip? Das kann durchaus mit, es hat immer was ein bisschen damit zu tun, Selbstvertrauen und auch Selbstliebe. Ja. Natürlich auch. Das würde das natürlich immer in einem Zusammenhang stehen und ja, dieses Selbstvertrauen und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin auch schon gesagt haben, Selbstvertrauen kann ich mir erst mal nur, wenn ich mich immer besser kennenlerne. Je besser ich mich kenne, desto mehr kann ich mir vertrauen. Ja. Das muss ich wollen, das sind wir wieder bei der Bequemlichkeit. Ich muss mich kennen, ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Das ist auch ein Prozess, der niemals aufhören wird. Das ist ein Prozess, den man irgendwann anfangen kann, den man, je weiter man ihn aktiv fortführt, umso besser werden die Ergebnisse, umso stabiler, umso vertrauensvoller, umso weniger ängstlich ist man mit sich und anderen. Aber es ist immer ganz viel Arbeit und es ist etwas, was man kontinuierlich tun sollte. Das hört nie im Leben auf. Aber es lohnt sich. Das ist das Schöne dabei. Es lohnt sich so sehr, weil man damit wirklich eine ganz große Zufriedenheit und eine Freude und somit auch eine körperliche und geistliche Gesundheit im Leben erreichen kann. Und das ist wirklich so sehr wertvoll. Vor allem, wenn man auch seine kleinen Erfolge, wenn man seine Gedanken umstellt, auch darauf schaut und die dann auch sieht. Das ist natürlich dann auch eine große, große Motivation. Jetzt haben wir ja in der heutigen Zeit verschiedene Ängste, um noch mal zu den Ängsten zu kommen, um vielleicht auch den Menschen zu zeigen, dass es gar nicht so groß ist, wie man sich das vorstellt. Wir haben ja im Moment, in der heutigen Zeit gerade, die Angst, wie wir vorhin gesagt haben, vor Krankheit und Tod. Dann haben wir eine Angst, viele Menschen haben eine Angst, ihre Existenz zu verlieren, pleite zu gehen oder da überhaupt Leid zu erfahren. Und dann gibt es noch die Angst, dass die Gesellschaft oder die Kultur sich in eine Richtung verändert, wo viele Freiheiten eingeschränkt werden. Und was ich beobachte, ist, dass diese Ängste miteinander gar nicht so gut können, gar nicht so gut kommunizieren können, was glaube ich auch ein Problem ist, weil jeder so seine eigene Angst hat. Und am Ende, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass auch jeder mit seiner Angst Recht haben will. Und deswegen ist die Kommunikation auch nicht so gut mit anderen. Wie kann man jetzt dem Menschen sozusagen helfen, dass es gar nicht so schlimm ist in allen Bereichen? Da würde ich, das würde ich ein bisschen zweiteilen, die Frage einmal, was können wir das gesellschaftlich sozusagen machen? Da ist natürlich wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir auch mit dem reden, der eine ganz andere Meinung hat als ich und das auch dieses Gespräch suchen, weil wir geben uns natürlich in unserer Blase immer sehr viel mit Leuten, die unsere Meinung haben. Schön ist, wenn wir das Gespräch mit dem anderen auch suchen. Und auch zuhören dem anderen natürlich. Zuhören, das ist natürlich die Basis. Genau. Was wir dann ganz oft feststellen, ist, dass der Grund und die Basis eigentlich das Gleiche ist, nämlich, dass wir oftmals uns um dieselben Dinge sorgen und auch um dieselben Dinge Angst haben, nur dass die Wege daraus, die Lösung für diese Ganze, um aus der Angst rauszukommen, die geht halt genau in entgegengesetzte Richtungen. Der eine sieht die Lösung halt auf der anderen Seite und der andere sieht die Lösung für genau das gleiche Problem halt auf der völlig anderen Seite. Und da ist es immer zu gucken, wie, also wichtig, einfach im Dialog zu bleiben, auch zu zeigen, ja, auch wenn du eine andere Meinung hast als ich, deswegen mag ich dich aber trotzdem noch. Also zu sagen, das ist also, das Ganze hat natürlich Grenzen, wenn es natürlich jetzt jemand da irgendwelche fürchterlich rechten Äußerungen oder irgendwelche anderen Sachen macht, wo man sagt, das verletzt die Humanität oder das geht gar nicht, da hat das natürlich eine Grenze, ganz klar. Aber wenn es jetzt um eine reine Auseinandersetzung geht. Und natürlich auch, also alle Richtungen, weil du hast gerade rechts gesagt, wir müssen natürlich jetzt auch links sagen. Genau. Also alles Extreme, alles, was an die Freiheit des anderen eingreift. Genau. Da ist natürlich, da muss man natürlich auch die eigene Grenze ziehen, ganz klar. Schön wäre es halt, wenn wir, und das vermisse ich überall, das vermisse ich im kommunikativen Nahbereich, aber auch in der großen Politik zum Beispiel, dass wir mehr zu einer, zu einer dialektischen Herangehensweise im eigentlichen Sinne, so wie es früher in der, in der Antike mal angedacht war, dass ich also versuche, dem anderen zuzuhören natürlich, den anderen Fragen zu stellen. Und allein schon beim Zuhören, Harbards, ja, ich meine, wenn man, wenn man sich den Bundestag anschaut, da hält zwar jede Fraktion und jede Partei ihre Rede, aber wenn man sich anschaut, die anderen hören da eigentlich gar nicht richtig zu. Das heißt, man müsste eigentlich schon auch wieder dahin kommen, in Gesprächen miteinander, den anderen, die Rede, die Vorrede des anderen ein Stück weit zu paraphrasieren, zu gucken, habe ich dich denn wirklich richtig verstanden mit dem, was du gesagt hast? Natürlich in gewissen Grenzen. Also auf den Inhalt hört und nicht den in der Schublade lässt, sondern was sagt der überhaupt? Was sagt er überhaupt? Und dann wirklich darauf hinzuwirken mit Argumenten und mit logischen Dingen, aber auch mit Emotionen, da eine Interaktion stattfinden zu lassen, die wirklich auf einer großen Wertschätzung für den anderen, unabhängig von dessen Meinung beruht. Genau, also das ist das, was wir im großen Außen so ein bisschen verändern könnten und uns da annähern könnten. Es gibt da auch schon viele Bemühungen, und es gibt ein Format, wo Menschen wirklich direkt vermittelt werden mit unterschiedlichen Meinungen, die dann vermittelt werden, wo ich also bestimmte Dinge ausfüllen muss, wie meine Meinung dazu ist und mir wird dann jemand vorgeschlagen, der Deutschland spricht, heißt das, der anderer Meinung ist als ich. Und dem darf ich mich dann unterhalten. Ich habe diese Erfahrung auch schon mal gemacht, waren zwei Gespräche, hatte ich da schon, waren wunderbare Gespräche jedes Mal. Was wir für uns persönlich noch tun können, wir haben manche Sachen schon gesagt, du kannst mit Sport arbeiten, du kannst mit Körperarbeit arbeiten. Wichtig ist natürlich auch, dass du den Verstand so ein bisschen einbeziehst. Eine Frage, die zwei sehr nette Kollegen von mir im Coaching-Bereich hier auch immer wieder gerne verwenden, ist die Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also wenn die Angst wirklich, wenn ich wirklich, was kann im schlimmsten Fall, die Angst, die ich habe, was wird im schlimmsten Fall passieren? Werde ich sterben? Werde ich verhungern? Werde ich nackt, arm auf dem Marktplatz stehen oder irgendwas? Was ist das Schlimmste, was in dieser Situation passieren kann? Oftmals lassen sich dadurch schon viele Ängste wieder relativieren, zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt so dramatisch kommt, ist eigentlich objektiv betrachtet. Und danach noch eine Frage. Danach kommen ganz viele Fragen. Danach kommt die Frage, und was ist gut daran? Was ist gut daran? Genau, das ist nämlich genau dieses Coaching-Tool, von dem wir gerade sprechen. Das ist wichtig, was beim Schlimmstenfalls passiert und was ist gut daran? Die nächste Frage. Was man auch nicht nur bei ganz krassen Sachen sagen kann, sondern was man auch in Kleinigkeiten, wir regen uns zum Beispiel auch, wenn der vor uns total langsam fährt oder so. Und da verschwenden wir ja auch unsere Zeit mit Ärger. Das ist ja Lebenszeit. Eigentlich vergolden wir Zeit für nichts, nur weil wir uns über irgendjemanden aufregen. Da kam es sich auch, diese Frage, bin ich eigentlich gerade in Lebensgefahr oder worüber rege ich mich auf? Also auf jeden Fall ein sehr gutes Tool. Ein anderes gutes Tool finde ich auch, ich glaube, der Danieli Ganser hat das sehr schön gesagt, immer davon auszugehen, der andere hat auch ein bisschen recht. Einfach grundsätzlich diesen Satz und sagen, der andere hat auch ein bisschen recht, weil es ist ja wirklich so, wir leben ja in der Polarität, es gibt ja nicht diese eine Wahrheit. Also das eine bedingt immer das andere und aus seiner Sicht, am Ende hat er sowieso aus seiner Sicht jeder recht. Ich sage dir immer gerne dieses Prinzip mit der Zitrone, welche Farbe hat die Zitrone? Eine Zitrone ist gelb, aber wenn ich jetzt eine blau gefärbte Brille aufsetze, dann ist die grün und das ist ja meine Realität dann. Und deswegen, also das ist auch auf jeden Fall ein gutes Tool, wenn man kommuniziert. Genau. Und Kommunikation wird da immer wichtiger auf jeden Fall. Und das ist das, was gerade halt so in den letzten zwei Jahren immer mehr verloren gegangen ist. Und das ist einfach schade und da dürfen wir als Gesellschaft einfach auch wieder ein bisschen zusammenwachsen. Klar, das ist eine große Aufgabe, aber ich bin gerne bereit dafür. Also ich bin immer gerne bereit, mich mit anderen Menschen, auch mit Leuten, die völlig andere Meinungen haben, als ich auch da auseinanderzusetzen. Und das ist, ich habe das bis jetzt, wenn man eine gemeinsame, wertschätzende Basis füreinander hat, auch als immer als sehr befruchtend und als wirklich als sehr schön für mich empfunden. Und so, dass ich den Eindruck hatte, dass beide Seiten wirklich was Gutes davon hatten. Und das können wir als, auf der ganz einfachen Ebene in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, aber das können wir auch im Großen schaffen. auch bei den wachsenden Konflikten, die sich ja leider nun gerade in jüngster Zeit auch immer mehr ergeben. Ja, das finde ich sehr schön. Finde ich auch für heute als Schlusswort ein wunderbares. Deswegen haben wir zwei nämlich auch dieses Format ins Leben gerufen, weil es um die Kommunikation am Ende geht, dass man sich unterhält. Und zwar egal, natürlich haben wir jetzt häufig eine ähnliche Meinung, aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Meinungen, dass man einfach einen Austausch miteinander führt und vielleicht auch sucht und gerade nicht, weil mir fällt auch auf, von wegen heute wird gar nicht mehr überlegt, was derjenige sagt, sondern mit wem hat er schon mal geredet oder was für eine Einstellung hat er denn? Ist das ein Linker, ein Roter, ein Blauer? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ist ja heute sowieso alles, glaube ich, anders betitelt, als es früher mal war. Deswegen, ja, lieber Andreas, wunderbar. Vielen Dank bis dahin und wir sehen uns demnächst wieder und wir hoffen, dass wir dem Zuschauer, die Zuschauerinnen auch das ein oder andere Impuls vielleicht gegeben haben und freuen uns natürlich über eine rege Diskussion, Debattierung auch unter dem Video und gerne Fragen stellen. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch das Allerbeste, lieber Andreas. Vito, danke.